Hey, immer auf mich! Immer auf mich! Langsam blaue Flecken, Professor. Geh mal, wenn wir uns überraschend dazu kommen. Nein, gib mir das Sex. Ich bin zu Mühe zum Knöpft drücken. Dann gib. Du musst keinen Knöpft drücken, du musst nur Bildschirm drücken. Sein Knöpfen. Sein Knöpfen. Hehehe. Scheiße. Ja, reg mich nicht auf. Geh mal, die jetzt mit dem Matten ab. Die Forderung ist scheinbar. Darum ist sie auch. Darum ist sie wie Hyperion-Star-Kang. Das ist alles peinlich. Hyperion-Lewel. Spalt. Äh, das ist gut. Hat er mir einen Scheisse-Empfang da? Ich bin jetzt drei. So drauf. Noch mal scheinbar. Sechs. Sechs. Danke. Oh, du weisst es, wie ich empfangen. Ja. Wo sind wir da? Ich glaube, die scheisse Fans wohnt da rein. Hast du ja gesehen, wo wir da hergebracht sind? Weisst du nicht? Ja. Ich weiss schon was. Ja. Es verbindet nichts mit mir. Nein, wir sind alle mit der Aufstände. Dann bin ich schon zufrieden. So kann ich das machen lassen. Ja. Das ist gut. Guten Tag. Du bist voll im Arsch. Du bist voll. Du bist voll. Du bist voll. Ich geh es mit Zeit. Ich geh ja. Okay, ich geh es hier. Davon natürlich doch keine mehr. Ich bin in random MSG. Tarkir!